Moins und Pamarillos, mein Name ist Sonic und ich heiße euch herzlich willkommen auf meinem Channel bei einem weiteren Bossguide, diesmal zum Eulendoktor, den findet man zufällig unterwegs, ich sag jetzt nicht unbedingt wo der ist, aber falls ihr auf ihn trefft und ihr habt Probleme mit dem, der ist relativ easy gemacht, das heißt wir lassen das Video jetzt einfach mal durchlaufen, der rastet halt ein bisschen aus, bei mir zumindest, das kann ja pro Run, denke ich mal, unterschiedlich sein. Ja und da stand ich nun mit meinen 5 Heiltrinken und halbem Leben und dachte so, what the fuck, ich dachte, der ist ein NPC, aber man erkennt es eigentlich relativ gut, dass es hier eine Bossarena ist, so ein bisschen. Ja und der hat zwei Waffen, der hat so eine Säge und ein Messer, was ich ziemlich fies finde und wie ihr wisst, versuche ich Gegner mit, die Messer haben immer mit, oder Gegner, die so kleine Waffen haben, die jetzt keine Monster sind, immer die Waffe zu brechen, indem ich ganz oft parrye. Ähm, das war auch mein erster Versuch, das heißt, ich hab den auch nicht mehrfach gemacht und äh, mein Trick ist dann halt immer, äh, genau dann parry zu drücken, wenn er halt angreift, was man ja bei ganz vielen Angriffen oft sieht und ihr seht, guck mal, wie oft hab ich jetzt geparryt, wir sind 46 Sekunden drin, sagen wir, wir sind 30 Sekunden drin und ihr seht, wie oft ich geparryt habe bisher, hier zum Beispiel, zack, so, geparryt, das war von seiner Axt, bam, 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 bam. So, und zack, ist seine Axt schon mal abgebrochen, das heißt, seine Axt macht schon mal gar keinen Schaden mehr, ähm, blockt er einfach, jetzt nimmt er sein Schwert in die Hand und da hab ich wieder einmal geparryt und er macht aber mit seiner Axt auf jeden Fall null Damage mehr, was halt sehr, sehr geil ist, das heißt, hier braucht ihr euch eigentlich gar keine Sorgen mehr zu machen. Was ein bisschen fies ist, ist, dass der auch immer mal wieder solche Wurfmesser wirft, ähm, die kann man dann entweder einfach blocken oder versuchen seitwärts auszuweichen. Ähm, ich hab auch sein Moveset gar nicht einstudiert, man kann ihn auf jeden Fall, ähm, relativ gut umtänzeln. So, hab mir ein bisschen Strom raufgemacht, hilft ja immer. So, zack, zack, jetzt ist meine Waffe fast kaputt, da muss ich auch fassen und sie wieder reparieren. Dafür hab ich ein bisschen Schaden kassiert. Also, ihr seht, seine Axt ist auf jeden Fall nicht mehr so gefährlich. Ähm, ich bin eigentlich so, wenn ich spiele, ich sehe, wann er mich schlägt und ich achte immer auf seine Angriffe. Und immer, wenn er einen Angriff macht, drück ich einfach parry. Ja, also ich hab das so, das Timing von den ganzen Gegnern, ich meine, man ist an der Stelle ja hier schon, keine Ahnung wie viele Stunden, 20 Stunden oder so im Game drin. Von daher, äh, weiß man ja mittlerweile, wie die Angriffe so zu parry'n sind, das ist ja relativ easy dann irgendwann. Ähm, den Aegis kann ich euch empfehlen zu benutzen. Damit ihr da einfach einmal gegenschlägt und euch, äh, keinen Schaden macht und ihr ihm dann aber Schaden macht. So, jetzt kommt ein Fabelangriff, seht ihr. Also, der ist sehr schnell zu staggern, der Dude. Jetzt hab ich's hier nicht geschafft. Hab dann einfach weiter draufgeschlagen, weil ich's nicht geschafft hab, äh, meinen Angriff zu machen. Aber egal, manchmal macht das halt auch so ein bisschen mehr Schaden. Einfach mit dem Aegis geblockt. Jetzt macht er wieder einen Angriff. Und ihr seht, also ich glaube, zudem braucht niemand, ähm, ne besondere, besonderen Guide. Ich wollte euch den Boss trotzdem mal ein bisschen zeigen, äh, wie ich gegen den gespielt habe. Und dass man seine Waffe sehr, sehr einfach brechen kann, indem man einfach die ganze Zeit parry spammt wie ein Verrückter. Und ihr seht, am Ende hab ich, äh, vier Heiltrinke verbraucht, so. Ähm, ja, das passt schon. Wenn man damit ein bisschen mehr Heiltrinken hingeht, dann ist das relativ, relativ easy. Falls ihr mehr Boss-Guides sehen wollt, dann schaut mal hier in die Playlist rein. Und falls ihr sehen wollt, äh, wie ich gegen den Dude im Livestream gefightet hab, ihr könnt euch da quasi das komplette Let's Play von mir anschauen. Ähm, dann schaut mal in den Livestream hier rein. Bis dahin, wünsch euch was. Äh, und stay pam, ciao. Bis dahin, wünsch euch was.